Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIII. Wow. Bei Lust, was haben wir können ja mal gucken, was hier alles so zu kaufen ist. Außer, dass ich mir nichts kaufen werde. Die haben ja auch noch nicht so viel Geld. Braucht man eigentlich das Geld? Naja, das geht so. Ich habe auch auf meinem privaten Sprecherstand sehr viel Geld, aber ich benutze es nie wirklich. Warum auch? Später ist es ganz gut, wenn man Gegenstände auflevenen will, aber das können wir, soweit ich eben gesehen habe, uns noch nicht. Also ist ja auch egal. Kämpfen wir. Wo auch immer wir sind. Ich habe keine Ahnung. Wäre ja auch mal was, wenn ich was wüsste, aber naja. So, wir greifen zuerst die Kleinen an, während Hope uns bufft. Ja, genau. Wo das eigentlich komplett unnötig ist bei denen hier. Kann man auch normal angreifen. Wir sind ja jetzt nicht so schwer. Ja, geht schon. Später bei den fiesen Robotern muss man aufpassen. Die haben eine verdammt hohe Verteidigung und auch so eine eklig hohe Serienresistenz. Also, wie? Und hübsen sie auch nicht. Aber naja, Schönheit ist vergänglich und subjektiv. Also, Fischer. Ich will eben mein Licht ausmachen. So. Jetzt kann ich meine Uhr nicht sehen. Naja. Da, 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 da. Wo sind wir denn? Genau. Also, Wild Peaks. Ich bleib bei dem Namen. Kann ich mir besser merken. Sehr elegant, Lightning. Ja. Sie reparierten Kukun mit Puls Sachen. Uh. Das ist doch schick. Sterne. Was haben wir hier? Wachdrohnen. Ja, dann ist doch Hope ganz gut. Denn diese Viecher sind total scheiße. Wenn man nämlich nicht... Wie heißt das? Protest? Ach, Verteidigungserhöhung hat... Ah, da kann man so schnell verrecken. Ich müsste so oft auf dieses blöde Heilparadigma schalten. Das ist unmöglich. Boah, töten wir schnell einen. Einen müssten wir wegkriegen. Und danach... Heilen. Ne, wir heilen uns noch nicht. Wir sind gut. Wir müssen uns noch nicht heilen. Los, my Lightning. Mach, mach. So, schnell gewechselt. Und hoffentlich überleben wir das. Ja. Heil, schnell, schnell, schnell. Heil, heil. Oh Gott. Wäre auch super, wenn du dich heilen würdest, Hope. Ja. Panik. Ja. Das meine ich mit... Man kann schnell verrecken. Und jetzt hauen wir aber nur noch drauf. Das kennt man ja schon. Haben wir einen Eingriff aufgebrochen. War doof. Hab mich verdrückt. Kann passieren. Ja, wenn man nicht aufpasst. Ja, wenn nur noch einer davon übrig ist, kein Problem. Aber... Drei und mehr. Geht eigentlich drei und mehr bei den Wachtrohnen? Ich glaub nicht. Ich glaub, das gibt's nicht. Also, gehen ja wahrscheinlich. Ich glaub, das gibt's nicht. Wuh. Aber war knapp. Was haben wir hier? Wow. Ähm... Wächst viel Paradigmen? Nein, nein. Ich hab Angst vor den Fischern. Zu viel Angst vor den Drohnen. Ja. Ich glaub trotzdem, das fieb ich zuerst an. Klein Vieh macht ja bekanntlich auch Mist. Ich würd's aber toll finden, wenn sie sich nicht so unbedingt auf... Na, ich find eigentlich alles scheiße. So. Bei den Augmentoren, bei den Manipulatoren ist das so, wenn die ihre Buffs, beziehungsweise die Buffs gemacht haben, machen die nichts mehr. Ich stehe ja nur nur drumrum. Außer man ist halt selbst... Oh nein. Manipulator oder so. Ich hab Angst zu sterben. Heil! 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 Ah! Mann, ne, du. Kann auch nicht sein. Früher Abend, ja, und so viel Panik. Das ist nicht gut fürs Herz. Ja. So ist doch gleich wesentlich früher. Huh. Wie viel? Falscher Knopf. 1819. Ist ja eigentlich nicht viel. Naja. Das ist die Angst, umgebracht zu werden. Okay, da ist er schon platt. Trotzdem fünf Sterne. Hm. Hä? Glück gehabt. Nur diese Angst zu sterben, die ist unglaublich groß. Einer? Ach, so ein Scheiß wie ich. Oh nein. So, da... Dass so ein Roboter am besten Präventivschlag... Ja, Präventivschlag. So. Das ist jetzt nicht das Problem. Jetzt brauchen wir keine Debuffs und so ein Zeug. Aber ansonsten wäre das verdammt gut. Debuffs haben wir gar nicht, meine Buffs. Keine Ahnung. Aber sobald er geschockt ist, geht er auf. Weiß der Teufel, warum? Ich hab keine Ahnung. Aber ich find's ganz gut. Es leuchtet so schön. Das ist übrigens so ein Viech vom Pulse. Irgendwie ein Arbeiterroboter oder so. Keine Ahnung. Ja gut, und jetzt... Wie man sieht, ziehen wir ihm recht wenig ab. Was auch daran liegt, dass... Äh... Ja, erstmal sehr viel TP. Und eine hohe Serienresistenz. Das heißt, wir haben ja jetzt 120% ungefähr. Das macht ja auch jedes Mal mehr Schaden. Ja, renn auf mich zu. Ich will grad sagen, warum leuchtet der, aber... Der Ahoopo hat ihn angegriffen. Ich bin so verwirrt. Egal, meine Freunde kennen das. Das ist ein dauerhafter Zustand bei mir. Das ist kein Ding. Äh, ja. Weiter. Äh... Ich muss kurz überlegen, wer jetzt gleich mit wem losrand. Ne, ne, müsste schon okay sein, so. Äh, ja. Missions. Nichts mit dem, was mit der Purge, aber. Die Purge ist SICOM's baby. Unsere Militärung ist split in zwei Arme. Der Publikum Security und Intelligenz Command, known as SICOM. Und der Guardian Corps. Ich war Guardian Corps, Bodum Security Regiment. Wait, but I don't get it. If you're not SICOM, then why did you board the train? For Sarah. Join the end of the line. Attention, Purge Deporteen. Follow instructions and stay in your lines. Personal belongings will be returned upon arrival. Do not leave your lines. This is for your arms safety. Huh? What's the GC doing here? This ops under SICOM direction. So direct me. Let me on. I want to be purged. Ugh. If only SIVs get purged, Sanctum's staff and soldiers are exempted. Huh? Then I quit. Line up. Excuse me. Hey, lady. What gives? I volunteered. Really? You don't look ready to go quiet into that good night. You want quiet? You better take the next train. Well, now I really want to see what you're up to. I had to rescue Sarah before they transported the vestige to Pulse and out of my reach. My only chance to save her was to join the Purge. You're telling me you got on that train so you could save your sister? Huh. That's crazy. I could never do something like that. It's not a question of can or can't. There are some things in life you just do. Easy for someone like you to say. Lightning! She left me. One, two, three, ahhh! We go! What are you up to? Hey! Wait up! Oh, I can't keep up with this girl. Kein Fanservice für uns. Ah, dann wäre das Spiel, glaube ich, auch nicht mehr zwölf. Aber hey, das ist ja fast gegen zweiten Anime so. Also ist man ja auch schon fast gewöhnt. Seht ihr, Leute? So macht man das. Einfach wie Lightning. Waffe abgeben und dann ist man armeslos. Naja. Und in der Katzen hinten ist sie hochgeklettert. Das hätte es in Game nicht gegeben. Dann wäre sie einfach hochgesprungen. Egal, man kann ja nicht immer angeben, wa? Äh, ja, Paradigme müssten eingestellt sein. Äh, ich gucke die mal nochmal. Ja. Ausrüstung auch noch. Charakter. Oh, ich habe mich nicht dran gewinnen, dass es Charakterinfo ist. Magiersiegel. Ja, wird schon schief gehen. Wird schon. Kostarium, ja, jetzt gehe ich nochmal da rein. Ballern wir ein paar Punkte. Sind zwar nicht allzu viele, aber hey. Und wir kriegen Storben im Griff. Cool. Was waren wir jetzt bei ihr? Eigentlich ja Manipulator. Nee, eigentlich nicht mehr. Was nennen wir hier als nächstes? Feuer. Feuer ist doch schön. Naja, beim nächsten Mal. Die Folge ist zwar jetzt ein bisschen kürzer als sonst, also glaube ich, aber ich mache hier einfach mal Schluss. Müsste die Montagsfolge sein. Also auch egal, auf jeden Fall. Tschö, bis zum nächsten Mal.